Oh! 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 Pass auf, ich mach es jetzt so Ich hab jetzt richtig Bock Wir gehen jetzt mal in Marisa, ich will die mir mal angucken Ich find auch JP cool mit seinem Zoning, wir lernen das jetzt zusammen Und auch selbst wenn ein Charakter Nicht interessiert, ist es immer gut sich einen anzuschauen Weil dann ist man Besser, wenn man das nächste Mal gegen den spielt, dann weiß man Mehr, dann kann man nicht so Wegehauen werden vom, vom Kenntnissen her Der hat Super Armor Und du kannst ihn aufladen, ach krank Das ist gut zu wissen Alles klar, okay Marisa gefällt mir glaube ich Richtig, hat die gerade eine Drive Impact Gestoppt damit Ach du Scheiße Alter, du das wie Ach, das ist wie Schaden, Mann Sprung Ah, auch Super Armor Oh, Wall Splat Ach du Scheiße, macht das Damage Oh, ich glaub die brauchen, die hier trifft ja wie ein Truck Ich glaub die brauchen Damage Nerf Müssen wir mal gucken, wie die, wie krass die Alter, guck mal Da ist ein drittel Leiste weg fast Das einzige was mich ärgert ist, dass ihr Ihr Griff nicht die normale Motion hat, aber ich find, sie erinnert mich Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt aus Multiversus, ne Hab ich ja auch gespielt mit Wonder Woman damals Sie erinnert mich voll am Wonder Woman Jetzt wird's richtig interessant, meine Lieben Ganzer Körper hat Super Drive bei der Overdrive Spann Oh, okay Guck dir das an Ah, okay, du kannst, was, du kannst nach Gladius Kannst du da rein canceln? Ach du Scheiße Projektile geht ja auch noch Oh, ist das ein Kronko Vor allem, ich glaub mich ein bisschen Marisa verliebt Also sie und Cammy, ne Ähm Cammy ist wahrscheinlich eher so, ähm Spricht so meine Leistenregionen an Und Marisa so ein bisschen mein Herz So ne Scheiße, die ich schon wieder erzähl Achso Hab dich Bop 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 O הי A Bop 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 Alter Was war das für eine Runde?